Von uns wird er sicher sehr nett empfangen, das ist klar. Ich glaube, er hat immer noch Kontakt mit etlichen Jungs. Ich bin mit ihm auch, wie soll ich sagen, freundschaftlich, aber sehr gut auseinandergegangen. Er ist ein toller Junge. Eine sportliche Entwicklung ist, dass er sich in einer Mannschaft, die hochkarätig besetzt ist, es geschafft hat, dass er zu Spielzeiten kommt, dass er Einsätze hat, dass sich die Position verändert hat. Ich glaube, das ist auch jedem aufgefallen. Er spielt einen linken Ausverteidiger zumeist, die Position hat er bei uns nicht inne gehabt. Er hat allerdings auch in der U21-Nationalmannschaft gespielt. Das hat sich für ihn verändert. Aber sonst geht er davon aus und würde mir auch wünschen, wenn er freundschaftlich bei uns im Stadion empfangen wird. Das hat sich für ihn verändert. Das hat sich für ihn verändert. Das hat sich für ihn verändert. Das hat sich für ihn verändert.